Hey Leute, hier ist der Marc und heute zeige ich euch, wie ihr euch diesen richtig, richtig geilen Ford Mustang RTR Spec 5 freischalten könnt. Dafür müsst ihr eine Playlist abschließen und zwar die Playlist findet ihr im Menü, einfach die Starttaste hier drücken, denn ganz oben links auch im Startmenü und jetzt hier, ich bin schon drauf, Festival-Spielliste. Dafür müsst ihr 50% von Gesamtfortschritt freischalten, um diesen Ford Mustang S5 freizuschalten und dafür müsst ihr einfach die ganzen Orangen Rennen, die jetzt bei mir schon abgeschlossen sind, alle erledigen und schon habt ihr den Wagen freigeschaltet. So Leute, das war's schon wieder. Ich hoffe, ich konnte euch helfen und euch zeigen, wie ihr euch diesen Ford Mustang hier freischalten könnt. Denkt dran, die ganze Sache gilt jetzt hier nur von 14. bis zum 21.3. Danach ist der Wagen, ja, erstmal auf unbestimmte Zeit nicht mehr freispielbar. Von daher, holt euch den auf jeden Fall, lasst auf jeden Fall auch ein Like da, ein Abo wäre spitze und wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Haut rein, ciao, ciao! Bis zum nächsten Mal, ciao! Ciao!